Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Uli von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Wir haben ja jetzt hier in der letzten Folge versucht, Heilmittel für unseren besten Freund zu besorgen, weil der hat sich ja megamäßig den Arm verbrannt, beziehungsweise der Arm wurde ihm verbrannt. Ja, und jetzt sind wir hier sozusagen in der Bredouille. Draußen überall Freaks. Wir sind jetzt hier in dem Gebäude drin, wo wir praktisch das Heilzeug uns geholt haben. Ja, und die Lautsprecher, die hätte ich eigentlich vorher beseitigen sollen, haben wir aber nicht. Und da wir uns mit dem Motor hier oben gestartet haben, um generell Strom zu haben, um überhaupt ins Gebäude reinzukommen, haben die Lautsprecher natürlich jetzt ordentlich Rabatz gemacht. Lautstärke heißt immer, Freaks werden angelockt, wir müssen sie beseitigen. Und wahrscheinlich, kann ich mir zumindest vorstellen, dass jetzt hier rings um dem Gebäude überall Freaks sind. Und wir müssen jetzt hier richtig auf die Kacke hauen. Und da nutze ich am besten mal hier meine Axt. Wir gehen jetzt raus und rennen am besten ganz, ganz schnell zu unserem Motorrad, um hier zu flüchten. Auf geht's! Da ist unser Bike. Obwohl, so schlimm ist es gar nicht. So schlimm ist es gar nicht. Ah, die konzentrieren sich absolut auf die Lautsprecher. Das ist ja gar kein Problem. Warte mal, ich kann ja auch mal versuchen, die... Die Lautsprecher auszumachen. Vielleicht kriegen wir dafür auch irgendeine Belohnung oder so. Ich weiß natürlich nicht, aber wir können es probieren. Ah ne, wir können das nicht ausmachen, ne? Doch, können wir. Ah, siehst du, jetzt rennen sie von einem Lautsprecher zum anderen. So, und jetzt ist hier wieder... ...zappenduster. Gibt's hier noch einen Lautsprecher? F***ing! F***ing! Ich hab die nicht gesehen, ich hab die nicht gesehen! Alter, hau ab, hau ab, ey! Du Mist, wie sind die hier hochgekommen? Nein! Alter, voll den Arm weggeschlachtet! Wie geil ist das denn? Okay, wo sind sie? Okay, ihr seid Gulasch! Oh, da gibt's nen Kopf! Ne, ich hol mir den Ohr noch. Ein schönes Öhrchen zum... ...verspeisen. ...puh, okay. Kurz gucken, ob's hier noch irgendwas zum Looten gibt. Aber anscheinend gibt's hier nichts mehr. So, gut, dann rauf auf Spike. Und... ...auf geht's zum... Oh, falsche Richtung. Verdammt, antworte mir! Oh, hoffentlich ist er nicht umgefallen. Obwohl, er liegt ja. Haha. Aber hoffentlich... Oh Gott, wo geht's lang? Also die Steuerung ist schwammig hier, muss ich sagen. Hoffentlich... ...meine Frequenz wurde abgeschaltet. Also man ist jetzt mal... ...pünkt ihr Nauben und ich zahle dafür. Also man ist jetzt... Mein Gott! ...saft abzudrehen klingt ziemlich persönlich. Oh, da gibt's Wölfe. Ja, es ist persönlich. Sie gehören zum Camper, aber die Regeln passen immer nicht. Stehlen, nicht mauten. Oh, das ging Ihnen wie mir. Und Sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Händler. Und eins noch. Sie haben anscheinend ein paar Automatikgewehre und... ...Schrotflinken mitgenommen. Pass auf dich auf. Scheiße, Gott. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir am besten hier langfahren. Überall sind hier Geräusche. Ja, sorry, Freunde. Ich will natürlich nicht immer reden, wenn jetzt hier gerade im Spiel irgendwas gesagt wird. Weil ich möchte zum einen ja auch hören, was gesprochen wird und ihr sicherlich auch. Okay. Kommen die hier rein? Nee, ne? Okay, wir gehen mal hoch. Ich glaube, er pennt. Gehen mal hoch. In der Hoffnung... Hey, Busa. Ich, ähm... Ich hab da so'n Zeug für deinen Arm gefunden. Busa? Oh, shit. Busa! Hey. Ja! Oh, shit! Scheiße, Dick. Fast hätte ich dich umgeballert. Ich, ähm... Mal den Arm anziehen, ja? Nein. Oh, nein. Lass mich mal den Arm anziehen. Alles gut. Fuck. Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Ja, Dick macht sich echt einen Kopf um seinen Freund. Und ein bisschen Dankbarkeit wäre auf jeden Fall angebracht. Aber, ja, hat er Gott sei Dank noch die Kurve bekommen. Hat sich bedankt. Alles ist schön. Aber irgendwas stimmt mit Busa nicht. Er ist so aggressiv. Ich weiß nicht warum. Er will seine Waffe die ganze Zeit behalten. Ganz, ganz komisch. Also, ich weiß noch nicht, was ich von ihm halten soll. Aber... Wir werden es sicherlich noch rausfinden. Und... Macht es auf jeden Fall spannend, wie sich das Ganze so entwickelt. Auf jeden Fall. Ah, ja. Mache das Hinterherrückkampf beim... Ausfindig. Okay. Dann werden wir uns noch mal ganz kurz heilen hier, dass wir hier auf Nummer sicher sind. Oh, wir sollten wieder Medikits herstellen. Wir haben nichts mehr. Ah, jetzt habe ich ein ganzes Medikit geschluckt. Ich idiot, statt einen Verband zu nehmen. Naja. Macht nichts. So, dann auf zur nächsten Mission, würde ich sagen. Jetzt bin ich hier einmal im Kreis gerannt. Wo ist denn die Treppe? Hä? Bin ich blind? Also, jetzt würde wahrscheinlich Timmy wieder sagen. Also, Oldi, entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Mittlerweile glaube ich, dass ich blöd bin. Wie komme ich denn hier runter? Ach Gott. Einmal im Kreis, die Luft voll in die falsche Richtung. Alles klar. Muss los. Okay. Unser Motorrad. Äh. Was hatten wir doch vorhin? Bin ich schon wieder im Kreis gelaufen und weiß nicht, wo lang. Das sieht nicht allzu übel aus. So, hören wir mal das Ganze hier reparieren. So, da haben wir es. So, jetzt brauche ich bloß noch Sprit irgendwie. Das war die ganze Geschichte mal hier wieder füllen in den Tank. Der Tank ist nämlich fast leer. Aber wo kriege ich jetzt Sprit her? Ich brauche irgendeinen Kanister. Hier, hier Flasche, ohne Bier drin. Da ist vom Buser das Motorrad. Ich brauche, hier muss es doch... Ah, nein, nicht aufmachen, nicht, dass die Zombies kommen. Also hier gibt es ja eigentlich Kerosin. Oh, was haben wir hier? Eine Pflanze. Also wir brauchen irgendwie Benzinkanister. Hier richtig schön flockig das Motorrad mal füllen können. Eigentlich ein gutes Camp hier, ne? Viel ist hier nicht los, aber immerhin. Ah, da drüben, oder? Woll ja. Wollen wir doch direkt mal das Motorrad betanken. Das ist doch eine schöne Sache hier. So, okay, wie machen wir das? Ah, gleich mal los. Look, 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 look. Jawoll. Können wir das auch ablegen hier wieder? So. Können wir. So, wo müssen wir jetzt hin? 400 Meter. Gehen wir mal auf die Karte. Gut, so weit ist es jetzt nicht bis dahin. Brumm, 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 brumm. So. Müssen wir wahrscheinlich da hinten raus, wa? Boah. Also die Steuerung, da muss man sich erst mal dran gewöhnen. So, hier geht's runter. So, scheiße. Zombie-Wölfe. Ah, ah. Zombie-Wölfe. Alter, Vater. Ja, da fällt ihr das. Alter, wie die rumschreien. Heftig. Oh, was war das denn? Habt ihr gesehen, wie der gesprungen ist? Voll der Hess-Sprung. Geil. Da müssen wir also auch aufpassen. Die können ihn wahrscheinlich auch hier vom Bike holen. Frag mich, ob man hier mit auch Wheelies machen kann. Das wäre ja schon lecker, ne? Obwohl es ja so eine, sag mal, so eine Art Shopper-Maschine jetzt hier ist. Alter. Oh, das war vielleicht nicht clever, ne? Na, sag mal. Was zum Hänkern machst du da? Warum läuft der Kai die ganze Zeit so schwer? Ah, fuck. Ich glaube, ich muss erst mal türmen. Voll drauf. Ah, das war echt dumm von mir, da direkt reinzufahren, ne? Also, die Steuerung. Das gibt's doch nicht. Warte mal, ich muss mich irgendwie erst mal heilen. Herstellen. Zack. Benutzen. So. So, der ist weg. Okay, jetzt müssen wir uns erst mal irgendwie ranschleichen. Sag mal, das bringt, glaube ich... Ach, da oben ist einer. Hier unten ist auch noch... Ah, da sind mehrere Leute. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ja, bleibt locker, bleibt locker. Ich bin der eher der Typ, der so gerne schleicht. Ah, das bringt hier aber gar nichts. Ich muss mich hier irgendwie verschanzen. Zack. Gucken, wo die... Okay, Tarnung. Wieder gewinnen. Heile dich an jener Entdeckt. Versuch der Sichtkontakt zu unterbrechen. Um Entdecken zu gehen. Früher oder später brechen sie den Versuch ab. Okay. Also, mich sehen sie jetzt erst mal nicht, glaube ich. Muss ich jetzt irgendwie ranschleichen an die Brüder. Okay. Ah, das war echt dumm von mir, Freunde. Das war wirklich dumm von mir. Okay. Gucken wir mal. Hier habe ich auch gar nicht mehr viel Munition für die Kiste. Ich glaube... Ich nehme dann mal meine Axt. Gute, schöne Axt. Hier, die suchen mich. Hey, du! Du versteckst dich da wie eine kleine Pussy. Haha, genau. Ich verstecke mich wie eine kleine Pussy. Hahaha. Okay, ich muss hier mal schauen. Können wir hier irgendwie reinkommen. Ich weiß nicht, wie viele Gegner jetzt hier drin sind. Ah. Er hat mich? Okay. Fuck, man. So eine Scheiße. Okay, ich brauche doch... ...meine Knarre. Okay, 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 okay. Ach, es ist doof. Es ist richtig beschissen. Achtung, rück zu! Oh, fuck. Okay, der ist schon mal... Der ist schon mal Gulasch. Yes. Oh, der hat eine Schrotflinte. Wie nice ist das denn? Okay, Schrotflinte ist natürlich deutlich besser. Hat man ja Wumms. Gar keine Frage. Hier war doch noch jemand, oder? Den habe ich doch noch gar nicht... Kommt der jetzt hier hinten lang? Nee. Wo ist er denn hin? Ach, da hinten. Oh, da sind die Zombies. Ich habe keine Munition dafür. Scheiße. Okay. Sehen, der hat einen Lappen und einen Verband dabei. Das ist doch schon mal nice. Okay, wo bist du? Wo bist du? Moment. Gucken wir doch mal. Ah, da ist er. Okay. Ach, da ist der andere. Okay. Die Musik dazu. Einfach Hammer. Action. Action, Freunde. Einfach nur. Action. So. Der ist auch weg. Machen wir nochmal kurz ein Nachladerich. Da ist der nächste. Oh Gott. Okay. Oh, nur noch zwei. Was? Zwei Magazine oder zwei Schuss? Zwei Magazine wäre mies. Ah, der ist von hinten gekommen. Elender Bastard, ey. Aber warum kann ich hier nicht diese Munition aufnehmen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Weil im Prinzip eine Schrotie habe ich ja am Stissel. Aber ich kann die Munition nicht aufnehmen. Ach, der kann immer nur... Oder? Also zwei Schuss habe ich jetzt damit, aber... Ach, der Typ ist da hinten. Boah, ich muss mich healen. Okay. Ich höre hier schon wieder Freaker. Hier von wo? Ich sehe ihn nicht. Zack. Von wo? Ah, da ist der eine Typ. Ich muss doch ganz hier in der Nähe sein, die Alte. Die muss doch ganz hier in der Nähe sein, Alter. Die macht mir aber auch fertig hier. Hab ich dich. Irgendwann musst du... Schnapp das Schweine, hat sie erwischt! Das war der letzte. Scheiße, Kau. Nice. Wie viele sind von dir angepisst, ne? Das war aber wirklich mein Glück, dass wirklich der letzte Schuss jetzt hier auch gesessen hat. Oder? Und? Nice. Also die Schrotie, die gefällt mir deutlich besser, aber ich kann da keine Munition aufnehmen. Das nervt. Das nervt richtig. Gut, für die Knarre habe ich jetzt hier auch keine Munition. Okay. Und wie muss es doch hier... Also ich muss jetzt mal... Ah, warte mal. Müssen vielleicht mal gucken, ob es hier noch irgendwo Autos gibt, wo ich knacken kann. Und ob hier irgendwo noch Munition rumliegt. Also Munition? Keine Ahnung. Entweder bin ich so schlecht, dass ich kaum was treffe, dass ich so viel Munition verbrauche, oder Munition ist hier echt rar. Also bin mir da noch nicht so sicher. Aber wir werden es rausfinden. Und ich höre hier schon wieder Freaker. Dieser Mistviecher. Gucken, ob es hier oben was gibt. Kannst du hier noch nie her... Wie nah man diese... Denkst du wirklich, die stehen hier gleich um der Ecke? Aber nee, ist ja nicht so. Okay. Muss ja echt aufpassen. Guck mal, ob ich hier noch... Irgendwie was looten kann. Auch nicht schlecht. Die Knarre hier. Überall keine Munition drin. Verstehe ich nicht. Ja. So, hier ist mein Bike. Die abgesägte Schrotflinte. Das wäre so geil, wenn ich jetzt hier... Ja. Nee, das bringt nichts. Das bringt gar nichts, wenn ich die jetzt mitnehme. Okay, da hinten ist ein Polizeiauto. Da müssen wir hin. Oh Gott. Okay, da schleiche ich mich mal ran. Ist viel. So, Munition. Jawohl, ja. Sturmgewehr Munition. So, hier holen wir noch uns ein schönes Öhrchen. Und dann sind wir hier auch gerüstet, würde ich sagen. Hier noch. Hier lag auch noch Munition. Pistolen-Muni. Nice. Okay, was müssen wir machen, Freunde? Was müssen wir machen? Wir müssen hier wieder irgendwas aktivieren. Okay. Das sollte reichen. Na, also. Hoffentlich macht es nicht wieder Krach. Fallen lassen! Wenn du noch Kugeln hättest, wäre ich schon tot, oder? Bitte, Mister. Ich schieße nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss. Und? Muss ich? Ich habe nichts. Und ich weiß nicht, wohin. Er ist zu gutmütig. Einfach zu gutmütig. Großer Gott. Alles klar. Mal sehen, ob Sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Ein unterirdischer Bunker. Bestimmt da hinten. Alt, was war hier? Schrapp. Ah ja. Hier geht es doch rein, oder? Da ist der Bunker. Aber, Freunde. Das ist echt nice. So, da geht es im Bunker rein. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wird mich über eine Bewertung und einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben. Und tschüssing! Wir sehen uns then. Untertitelung des ZDF für funk, 2017